Ich bin Jan und arbeite beim Rheinkreis Neuss. Ich bin Umweltoberinspektor und Voraussetzung dafür ist ein technisches Studium und ein anderthalbjähriger Vorbereitungsdienst. Beim Emissionsschutz geht es um den Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Schädliche Umwelteinwirkungen können beispielsweise sein Licht, Staub, Lärm oder auch Erschütterung. Zu meinen Aufgaben gehört die Genehmigung und Überwachung von Betrieben, die genau diese schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen können. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen seine Anlage ändern möchte, müssen wir dafür sorgen, dass diese schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen bleiben. Das heißt, die Anlage darf dann nicht zu laut werden oder auch die Staubbildung darf nicht zu groß werden. Die Arbeit im Emissionsschutz ist vielfältig und anspruchsvoll, da es darum geht, wirtschaftliche Interessen als auch den Schutz von Menschen und Umwelt irgendwie unter den Hut zu kriegen. Die Arbeit im Ausländer